Dann war genau im 1-2-1 in die Stuhle neu. Wo ist er? Ich bin der Zerstörer. Von der Ameise. Seitdem gibt es Ameise in Minecraft. Jetzt wollen wir eine gute Erfindung. Ich glaube, er hat Ameise bei sich. Eww. Bei mir haben sie 2 Hünge. 1-2-1. Was hat jetzt eine Hünge mit Ameise zu tun? Sie sind so klein. Die Hünge sind so klein wie Ameise. Klar. Iggy du kennst ja unseren Chihuahua. Der ist einfach nur fett. Du, Lenz. Weisst du was noch geil wäre? Was? Ein Fluss durch die Luft. Ja, sicher nicht nur ein Flussball. Nein, wir müssen noch nicht mehr weg. Die Fluss ist nicht weit weg. Einfach ein Wasserfall anfallen. Das können wir gleich laufen. Eben. Das meine ich ja. Als Transportmittel. Als Lift. Dann kann ich auch bei Fluss eine Dottie setzen. Gibt es noch einen Hero Prime? Ähm. Nein. Ich glaube, der ist herausgenommen worden. Wann ist er erhalten? Die Textur gibt es immer noch. Nein, meine erste Spitzhack ist ein Marsch. Nein, meine zweite Spitzhack ist ein Marsch. Nein, meine zweite Spitzhack ist ein Marsch. Nein, meine zweite Spitzhack ist ein Marsch. Hallo. Hey. Du hast sicher noch die Dinge von mir genommen. Bulle! So, ich komme jetzt auch endlich in mein Haus hinein. Von oben. Das wäre eigentlich nicht ein Sinnversacht, dass ich die Hütte nach oben kam. Nein. Nein. Es gibt genau einen Aufgang. Und der ist wo? Der, den wir schon gebaut haben. Der muss nur noch schöner gebaut werden. Das heisst, ich muss meinen Ausgang auf dieser Seite hier bauen. Uh. Auf dieser Seite, wo wir dann den riesigen Gang machen, den alle Hütte verbinden. Aha. Bis dann habe ich einen schönen Aufgang. Ja, bis dann habe ich auch einen rein gemacht. Aber in meiner Woche wieder zu. Rimm rein, denke. Ja, bis dann kannst du schon mal. Schnabbi. Die bauen hier mit Cobblestone. Sie sind derjenige, der hier mit Stein baut. Die brennen das Zeug alles wieder. Hast du überhaupt so viele Kohlen? Sechzehn Stück. Sechzehn Stück. Sechzehn Stück. Sechzehn Stück. Also, wer braucht jetzt alles noch Glas? Ich nicht mehr. Ich kriege. Wer ist ich? Kriege ich. Lolenz. Lenz. Lenzina. Nein, das ist Lol Lenz. Weisst du. Ach. Wieso bist du? Ah, jetzt bist du hier. Fünf oder sechs kann er geben. Der Rest bekommt der Lenz. Oder der Lol Lenz. Pah. 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 Arme Zeta. Das Hässli ist nicht losgeflogen. Pah. Hier, Lol Lenz. Pah. Ich gebe weiter. Pah. Pah. Das arme Hesse hat nicht gewusst, dass das Bett geht. Jetzt haben wir alle ein Skin, den wir selber gemacht haben. Wie kommt man am besten zu dir, Blacky? Warum zu mir? Ich möchte den Zuschauer mal dein Haus zeigen. Man sieht es immer von oben oder von unten. Du kommst nur von oben rein, so rein. Okay, komm, wir machen das Uhr noch bei den Fingern. Direkt beim Aufgang ist es. Ja, dein Haus sieht man immer wieder, weil wir durchlaufen wollen. Ja. Brauchst du noch die Steine? Nein, habe ich selbst bekommen. Ja, das sieht. Für was brauchst du Bett? Man kann ja nie schlafen, wenn alle online sind. Ich verstehe jetzt nicht bequem aus. Deco? Okay. Das hier ist Geissi, oder? Ja, da habe ich mal vor. Ich blieb gerade ganz gerade runter. Mit Geissi Deco, so weit. Ich bin gerade dran. Hat jemand noch Glas? Ich habe dir auch mein Glas gegeben. Das sind 6 Stück, die habe ich verbraucht. Aber ich danke. Gehärten nicht geschehen. Gehärten nicht geschehen. Gehärten, Saplings kann man aus Brünnmaterial... Was? Setzling? Du kannst auch so Brünnmaterial brauchen. Ähm... Das ist meine Scheiss in der Saute! Du bist ein Sauhung! Das macht seine Scheiss genau in meine Hütte! So geil! Oh Mann! Warum wundelt sich dein Opa runter? Ich glaube, du musst deine Scheiss im anderen Ort platzieren. Das musst du machen, schauen. Eine kleine Frage, warum postst du dazu, wenn ich immer wieder rein muss bei dir? Wo? Dein Eingang will ich rein. Bei welchem Eingang? Bei dem da hier hängen, wo du da zugebaut hast. Weisst du, wo wir da... Da habe ich nicht zugebaut. Doch! Da dahin ist zu gewesen. Da ist provisorisch gewesen. Aha. Da sind ja kein Monster reinzukommen. Opa. Hör mal die scheisse Dnecken. Baa. Raffu, was machst du für ein Steigen? Hey, ganz normal. Also, es hat doch geheißen wir hier vielleicht an die Oberfläche kommen. Ja, für den Anfang schon, dann einfach nicht mehr. Okay. So, jetzt gehe ich mal zum Lenz rüber. Wir gehen die Scheisse betrachten. So, wo ist die Scheisse? Da! Lenzhütte. Jetzt müssen wir nur noch etwas Wasser rein tun. Aber ich brauche Wasser rein, ich brauche ein einziges Eisen. Ich habe. Schau da, das kannst du sicher tun. Ah, ich weiss jetzt was mir geklaut hast, Iggy. Was? Das Eisen. Nein, sicher nicht. Ich habe aber Eisen gehabt, drei Stück. Ich habe nur eine Barre. Und der ist meine. Hm. Wo hast du denn das Eisen hergekommen? Wie viel hast du gehabt? Ja. Ich habe deine Leitern. Ich habe drei Eisenbahren gehabt. Ich habe jetzt drei noch mehr. Ich hatte vorher nur noch eins. Hm. Ich habe vorher eine Spitzacke gemacht. Also kann ich nicht mehr haben. Mann, komm schnell zum Loch auf. Verfolge die zehn Spinneln. Aha. Nichts für zehn Spinneln. Du musst nicht zäcklen. Da verfolge ich keine einzige. Ich habe einen Halt dort. Aha. Mit einem Bierli. Aha. Ich mache jetzt mein Scheiss durchlaufen. Ja. Und der Scheiss jetzt auf dein Dach oben. Wie wird das eigentlich mit Stone Bricks? Das Wasser läuft. Hey, Jungs. Das Wasser läuft direkt ins Lucht. Ich bin jetzt gleich im Scheisswasser. Hey, ich habe gerade einen Scheiss eingebaut. Ich kann nur den Arsch im Wasserstrahl haben. Ja. Das ist gut. Nennen sie den Familienscheiss. Ich würde mich jetzt sagen. Wo läuft es hin? Irgendwo in den Schluchtboden. Da hin. Haha. Super. Jetzt kommt man zu euch hoch. Hey. Weisst du was? Das ist unser Bruder. Ich scheisse zwar absolut rein, aber egal. Da. 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 Und da kommt der Mann zur Scheisse raus. Wir müssen den Boden von der Schlucht noch ein bisschen ebnen. Das ist wirklich wie ein Stadtboden. Nein. Nein. Bäh. Was ist das auf die Abbekreid? Haha. Haha.